Willkommen zu Duster's Plays! Wenn jemand erzählt, dass Duster's Team ist, äh... Rise of Overlord oder sowas... Äh... Wir müssen Level 5 nochmal machen... Weil... Wer auch einfach verkackt ist... Alter, es rückt mich auf... Okay... Das war noch relativ einfach... Ach, toll... Das war noch relativ einfach... Aber was jetzt kommt, ist... Heilige Scheiße... Oh... Und jetzt mal hier wird sich Heilige Scheiße... Oh, ich hab das relativ schnell geschafft, aber... Ich hab's vorher wirklich... ... ewig gebraucht... Toll! Den hab ich nicht gesehen! Kein Problem... Kein Problem... Er... Oh, ich hab da auch ganz so hochgebe... Wo ist voll die verlängte... Äh, die... withäwig... ...voll der verlängte Weg... ...voll der verlängte Weg... Ups, ich hätte jetzt twirlen müssen, aber ich habe sie überlebt. Habe ich schon da knapp mit dem Umdrehen? Weiß ich nicht. Also, wir müssen halt hier drauf springen, dass er auf dem Kopf steht, dann hast du Stachelmarsch. So, aber es ist kein schönes Gefühl. Boah, hat die Geistig gemacht, gehts? Ich will da nur alle Diamanten sammeln. Okay. 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 Hey. Hey! 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 Jupp, fine Alter Alter Scheiße, Tock! Oh, Mann! Ich verstehe nicht, warum ich manchmal die Dinger einsammeln kann, aber manchmal nicht. Also diese Schlamm gesteckten Diamanten-Dinger, die ich auch gerade eingesammelt habe. Ich bin ja schon irgendwie komisch. Bisschen buggy. Wie ein Backblech. Boah, ey! Voll die Konservation! Das Ding kann man nicht hier, da. Hoho überlebt. Ja, ich bin klar. Da machen wir auch direkt das passende Timing-Film, sonst bist du um Arsch. Ups! Das war gut! Ups! Oh, jetzt war ein wenig als vorher. Na gut, dann machen wir am nächsten Podcast Nummer 6 weiter. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao! 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 Ciao!